Hallo. Hallo. Wie geht's? Danke, gut. Wie heißt du? Ich heiße Darje. Darje, wie alt bist du? Ich bin neun Jahre alt. Ich bin neun Jahre alt. Okay. Du kannst die Geschichte lesen. Peck die Henne. Peck ist ein roter Henne. Peck ist breit zu gehen. Peck steigt in ein Flugzeug ein. Das Flugzeug ist schnell. Peck wird nass. Das Flugzeug fällt in ein Netz. Peck fällt und fällt. Peck fällt ins Bett. Sehr gut. Wie heißt die Henne? Die Henne heisst Peck. Ja. Und wie ist das Flugzeug? Das Flugzeug ist schnell. Ja. Wo fällt das Flugzeug? Das Flugzeug fällt in ein Netz. Sehr gut. Und wo fällt Peck? Peck fällt ins Bett. Sehr gut. Bravo, Darje. Tschüss. Tschüss.